Hallo, ich bin dein Handy und ich will so gerne ständig deine Aufmerksamkeit. Dafür habe ich ein paar richtig gute Tricks drauf. Ich brumme, summe, leuchte, piepse, klingel. Ja, ich liege einfach nur so da und bin in ständiger Bereitschaft, dich mit irgendwas abzulenken. Wenn du also zum Beispiel gerade dabei bist, Hausaufgaben zu machen und dich gerade so richtig auf ein Thema konzentrierst, dann leuchte ich kurz auf. Du schaust natürlich nach, denn es könnte ja was ganz Wichtiges sein, was ich dir erzählen will. Und schon bist du mit deiner Aufmerksamkeit bei mir und weg von dem, was du eigentlich machen wolltest. So, nun hast du also nachgeschaut, was ich von dir wollte und gehst mit deinen Gedanken zurück zu deinen Hausaufgaben. Das geht aber nicht so schnell. Es dauert ein paar Minuten, bis du wieder voll und ganz beim Thema bist. Ich finde es blöd, wenn du dich wieder konzentrierst. Ich bin doch viel interessanter als deine Hausaufgaben. Also leuchte ich wieder auf und lenke dich ab. Das mache ich ganz oft, damit ich immer wieder deine Aufmerksamkeit bekomme. Dieses ständige Unterbrechen einer Tätigkeit nennt man den Sägeblatteffekt. Denn ich habe deine Konzentration unterbrochen und du musst wieder Energie und Zeit darauf verwenden, dich wieder genauso zu konzentrieren wie vorher. Und eins ist sicher, ich werde dich sehr bald wieder ablenken. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass du, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig machst, sie schlechter machst, als wenn du nur eine Sache tust. Menschen können kein Multitasking, nur Geräte wie ich können das gut. Jetzt mal ehrlich. Wann war es denn bei dir das letzte Mal so richtig still, als du dich konzentrieren wolltest? Auch wenn es mir schwerfällt, aber ich gebe dir jetzt ein paar richtig gute Tipps, um Zeit und Nerven zu sparen. Stelle die Push-Benachrichtigungen ab. Schalte Gruppen auf stumm. Lege mich in einen anderen Raum. Richte feste Auszeiten ein. Nutze mich ganz bewusst für eine Sache und lege mich danach auch wieder weg. Setze Zeitlimits in den Apps. Sei kreativ und mach mich zu einem Verbündeten, der dir hilft, deinen Alltag zu meistern. Lass dich nicht von mir ablenken, sondern nutze mich gezielt. Dann sind wir ein super Team.